Hallo? Es kommt gleich wieder was angeflogen, hab ich das Gefühl. Oh! Das ist nicht gut! Oh nein! Oh Gott, beweg dich, ey! Komm, geh die Plattform hoch! Da kriegt er dich wenigstens nicht! Alter, jetzt geht der hier rum! Oh! Ähm! Nicht zu fassen! Ich muss da wieder zurück quasi! Das wird ein Spielchen! Ich bück mich erstmal einfach! Es kann auch sein, dass es wieder so ein Fisch ist, das sich im Staub auflöst! Oder ich muss tatsächlich von dem Fisch abhauen! Ach, Leute! Das Ding kann überall sein! Gerade! Das sind meine eigenen Schritte, die ich... Boah, ey! Daniel, du machst mir echt... Fertig hier! War der da? Ich hab da gerade irgendwas... Da hinten ist er! Ach, du Scheiße! Wenn er jetzt hier herkommt... Freunde! Ich lauf schnell hier rein! Oh! Das ist so... Spannend gerade! Voll dich von dem Fisch! Quasi! Ich steh die ganze Zeit rum! Hier ist ja gar nichts! Wenn er gleich zurückkommt... Ich muss schnell irgendwas finden hier! Ach du meine Güte! Komm, Danny, hier muss irgendwas sein! Wenn er gleich zurückkommt, sind wir echt... Ein Hammer! Ein Hammer könnte uns vielleicht weiterhelfen! Irgendwas muss es hier doch noch geben! Das ist zu wenig! Ein Hammer? Nein! Mit dem Hammer komme ich nicht weit! Wenn der jetzt zurückkommt... Hier ist nix! Hier ist nix! Freunde! Ach du meine Güte! Gab's hier noch irgendwo ne... Wofür dieser Hammer? Entweder für die Tür unter der Treppe... Wo wir ganz am Anfang waren... Oder eine der... Die eine Eisentür, die ich gar nicht ausprobiert habe... Oder es gibt ne... Tür in dem Gang, wo ich nicht reingegangen bin... Oder... Hier unten... Da... Hier unten dürfte keine Tür mehr sein, weil... Weil ich ja quasi... Es ist mir zu blöd! Die eine... Sackgasse, das ist da... Eingestürzt! Ein Stein Hammer! Ein Stein Hammer! Ich weiß es nicht! Ich geh erstmal zurück! Beschützt mich! Wenn er kommt... Sind wir tot! Wo ist er hin? Die Musik ist ja eigentlich weg! Also von daher... Oder er lauert in irgendeiner Ecke! Ich glaube nicht, dass man vor mir fordert, dass ich hier irgendwie wieder... Zurück... Schaffe... Oder... Ne, ich glaube nicht, dass man das vor mir fordert... Dass ich hier irgendwie einen Weg nach oben finde... Schloss... Ich gehe gerade alles durch... Welche Türen wir noch zu öffnen haben... Es gibt ja noch eine Tür... Quasi bevor wir hier in diesen Abteil reingegangen sind... Davor noch... Quasi in der Etage nach den Wassermonstern... Da war ja auch eine Tür... Dieses eine Gitter, wo wir eigentlich ja einen Schlüssel finden müssen... Vielleicht geht es aber auch mit diesem Hammer aus... Also ich weiß es gerade nicht... Ich muss echt überlegen, ob ich... Hier unten irgendwas suche... Hier unten irgendwo lang muss oder wieder hoch muss... Aber ich denke, ich muss hoch... Jetzt sind wir wieder hier... Ähm... Aber da ist auch eine Tür, die zu ist... Das ist alles verwirrend... Ich versuche erstmal wieder... Zurückzukommen... So, wie machen wir es am besten? So, wie ich das sehe... Können wir dort quasi wieder weg... Äh... Gibt es hier irgendwo Kisten oder so? Praktischerweise... Oder irgendwas anderes... Ich könnte hier quasi... Also, boah... Ich müsste hier quasi einfach nur auf diesen... Da ist eine Kiste! Nein, es ist auch wieder für... Halluzinationen, ich sag's ja... Ich nehme mal Anlauf... So... Nee, ich schaff das nicht so rauf... Warum geht der denn jetzt verdammt nochmal runter? Das ist doch... Ich kann durch... Das Gitter... Ich kann durch das Gitter... Okay, das ist hier anscheinend... Bisschen... Nicht so wie es sein soll... Jetzt komm... Nee, jetzt schaffe ich nicht... Das ist extra so gemacht, dass ich es nicht schaffe... Da ist sowieso nicht recht... Äh... Gut, ich muss erst mal... Ich versuch mal weiter... Hier vielleicht wo... Ach, hier ist quasi nur das gleiche Spiel... Aber da muss ich raufkommen... Au, nicht... Ach... Freunde... Wo bin ich... Ich brauch doch hier irgendwas, was hier rumliegt oder so... Gibt's denn nicht was? Also, die sind ausgegangen, dass ich das hier finde... Diese... Das ist mir schon klar... Wartet... Was ist denn hier? Hier waren wir noch nicht... Das ist neu... Okay, jetzt wird's wieder interessant... War es richtig, recht zu lang zu gehen? Ach du meine Güte... Ach du meine Güte... Das ist hier echt schlimm, hier unten... Gebt mir... Oh, hier sind doch schon einige ums Leben gekommen... Das sieht nicht gut aus für uns... Vase... Etwas Licht, zum Glück... Zunderbüchse... Aber ansonsten nichts... Ich will eigentlich auch gar nicht laut sein... Wenn ich hier irgendwas Falsches mache, dann... Geht's hier wieder los, glaube ich... So, dieser Fass könnte vielleicht noch... Interessant werden... Eingestürzt... Käse, das ist... Käse... So, hier muss es jetzt irgendetwas geben, das uns weiterhilft... Wenn ich etwas sehen könnte... Hier möglicherweise... Vielleicht fällt hier irgendwas raus... Ne, tut das nicht... Das tut es nicht... Aha... Das ist gut... Da müssen wir wenigstens schon mal... Etwas mehr, was die Story angeht, denke ich mal... Und... Etwas Öl... Mein lieber Scholli... Jetzt können wir wenigstens etwas sehen... Das ist doch mal... Aber ich spare mir das erstmal auf, hier... 16th of May... 1839... Workers... The workers prove... To be working... Very... Efficient... But some of them are getting nightmares about the safe... It's getting them distracted... The safe... Kann das sein, das war ein... Einen safe öffnen müssen... Okay, wir haben nicht viel... Ich würde sagen, wir legen mal... Einen Sprint durch... Durch diese ganze Gegend hier... Ich geh nochmal ganz schnell rüber in den anderen Raum... Es kann sein, dass ich irgendwas in der Dunkelheit übersehen hab... Das weiß ich ja nicht... Die Tür hier scheint... Wartet... Ne, das nicht... Es scheint, dass wir hier nochmal her müssen... So, hier gibt es nichts... Nichts, nichts, nichts... Quasi gar nichts... Das ist okay... Wir gehen wieder zurück... Ich muss mir das jetzt irgendwie aufteilen hier mit diesen... Der Laterne... Es bringt mir auch nicht viel, wenn ich jetzt hier eine Laterne benutze... Oder? Kann ich hier irgendwas ausfindig machen? Es müsste quasi zurückgehen, irgendwie... Irgendwie müsste es zurückgehen... So, was haben wir denn hier Schönes? Geht es nicht lang, aber es sah so aus... Das ist der bekannte Gang... Das ist der bekannte Gang... Ich versuch's nochmal hier... Ich sag mal noch, diese Tür hier... Das hab ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen... Das ist hier irgendwelche... Es liegt hier irgendwo ein Schlüssel rum, den wir nicht sehen... Eine Grabstätte... Ich konnte jetzt irgendwas machen... Ich konnte grad irgendwas machen... Und hier geht's auch wirklich nicht rein... Alles klar... Hier finden wir nicht viel... Dann machen wir uns, denke ich mal, auf den Weg nach oben... Nee, es kommt mir alles so ein bisschen blöd vor... Wir müssen quasi... Ich schau erstmal, ob's hier noch irgendwelche Räumlichkeiten gibt... Ansonsten... Sieht das hier mal gar nicht so schlecht aus... Dieser Balken... Der uns vielleicht irgendwo nach Hause führt... Das war eingestürzt... Das war klar... Jetzt geht es doch noch... Irgendwo hier... Möglicherweise auch noch weiter... Aber ich denke nicht... Ich denke, wir kommen jetzt wieder dahin, wo wir am Anfang... Aha! Diese Tür sieht so weck aus... Ich kann es vielleicht öffnen mit einem Hörer... Und schon wird's wieder interessant... Die Atmosphäre, die ich da hier kaum auszuhalten... Oh Gott, jetzt wird irgendwas passieren... Ihr merkt, dass jetzt hier irgendwas... Schlimmes wartet... Warum geht eigentlich hier lang? Ach, wisst ihr, da können wir auch noch später hin... Ich geh erstmal nach unten... Merkwürdige Fliesen! Sind die Fliesen normal? Für Amnesia? Was gibt es denn? Okay... Das Öl ist auch wieder die Hälfte alle... Also ich weiß nicht, ob das hier so gut ist... Ich weiß noch nicht, was da jetzt... Auf mich wartet... Hä? Es ist nicht... Oh mein Gott! Das ist doch hier echt... Geht's denn da wieder lang? Ach, quasi dorthin! Alles klar! Zwei Zunderbüchsen... Zwei Zunderbüchsen... Jetzt lass doch hier bitte irgendwas sein... Das mir weiterhilft... Meißel... Hammer und Meißel! Zum Schneiden von Steinen... Schneiden von Steinen... Also immerhin haben wir das... Das ist gut... Nun weiß ich ja nicht, was ich damit anfangen soll... Wir gehen jetzt erstmal in die andere Richtung... Ich hopse auch wieder wieder so ein verrückter... Ach, das ist eigentlich nochmal... Wir gehen einfach erstmal nochmal weiter... Die scheint groß zu sein, diese Custom Story... Achso, hier geht's also quasi auch... Ist nicht... Meint ihr, wir könnten jetzt... Ach, da geht's noch... Ah, ja... Es ging noch hoch... Ich vergesse das immer so schnell... Ah, das sieht man hier ein bisschen... Das ist zu strange... Es ist zu strange... Der Raum ist zu groß... Mein lieber Mann... Was geht jetzt ab? Was war denn das? War das ein Stuhl? Ach, die Lichter sind ausgegangen... Okay... Stuhl... Der macht nix... Oh, interessant... Das hier irgendwas... Nix... Ich bin jetzt auch erstmal etwas ruhiger... Mit den Kommentaren... Wenn ich diese Atmosphäre hier nicht kaputt labere... Ich war jetzt aber... Also hier war jetzt... Quasi gar nichts Hilfreiches... Muss es doch irgendwas geben... Das scheint mir zu falsch zu sein... Dass hier nichts ist... Na gut... Das Öl ist bald... Zur Neige... Gegangen... Steine aufschneiden... Ich versuche es erstmal an dieser eingestürzten Stelle... Wo war denn das doch gleich wieder? Hier würde ich das nicht machen können... Nein, habe ich auch gar nicht so erwartet... Aber dieser eine Gang, der eingestürzt ist... Ne, bin ich komplett falsch... Oder... Ne, ich könnte quasi versuchen... Diese Türen dann auch aufzumeißeln... Aber ich denke... In erster Linie sollten wir es... Versuchen damit... Dass wir irgendwelche Steine aufmeißeln... Ich bräuchte wieder Öl... Jetzt ist das Ganze wieder so ein Stück gruseliger... Das ist hier gar nicht mehr so... Ey, ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen, oder? Ne, das habe ich mir schon so gedacht... Dass das nicht klappen wird...